Verschenken Verrauscht sind die gelben Ekstasen, die Fenster sind wolkenverhüllt. Geruch ist noch da, von den Blättern der Rosen, die ich zerlieb. Und das Rot, das mir auf den Lippen und zwischen den Fingern blieb. Untertitelung des ZDF, 2020 An der Wand die Kontur eines Hügels, vom eigenen Schatten gestellt. Hinter das Schwarz des Flügels, dem Glanz und die Trauer der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020